hallo liebe lego freunde ich bin der holger heute dobby der haushelf lego harry potter 76 421 die setnummer 403 teile 30 euro der preis ich denke anzahl der teile preisverhältnis passt auch bei der uvp es ist kein exklusives set das heißt es dürften auch durchaus nur rabatte möglich sein dobby ist finde ich einer meiner lieblings charaktere aus dem harry potter filmen er ist einfach so süß er ist so cool ich fand es eigentlich auch extrem schade dass er danach an hat sterben müssen ich hoffe ich habe es nicht jemanden gespoilert aber ich denke harry potter wer sich für das themen interessiert wird wohl hoffentlich alle filme gesehen haben ich habe mich auf jeden fall sehr gefreut als ich das die erste ankündigung die ersten bilder davon gesehen habe ob er jetzt gut getroffen ist oder nicht das wollen wir mal dahingestellt lassen ich freue mich auf jeden fall dass es das set gibt und ich kann nicht abwarten das ding zusammenzubauen so lass uns anfangen viel spaß so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020